Ich bin Johannes Nünning. Ich leite einen Bereich, der heißt Business Strategy im Zentrum Mehrwertdienste bei der Telekom in Deutschland. Ucubate leitet sich ab aus dem Begriff Inkubation, also Ausbrüten von neuen Ideen. Das U in Ucubate steht für U-Boot. Wir arbeiten zwar nicht geheim, aber im Underground. Wir wollen nicht sofort auf die Bühne gehen und wir sprechen mit dem U, aber auch ganz direkt unsere Mitarbeiter und die Teammitglieder an. Also mir hat der Tag total viel Spaß gemacht. Zum einen, weil ich die ganzen Leute auch kennenlernen konnte. Ich bin ja jetzt ganz neu im Team, habe theoretisch recht viel schon mitgebracht und fand es auch ganz praktisch viel, einfach mal auszuprobieren. Also ich glaube, dieses Ausprobieren, eine Mischung überhaupt zwischen Theorie und Praxis, das war echt super. Also der Workshop hier dient dazu, dass wir Methoden, die im Startup-Umfeld entstanden sind, ganz konkret mit unseren Teams, die wir jetzt an Bord haben, vier Projektteams, die im Ucubate-Programm aktuell sind, anwenden, um halt die Learnings aus der Startup-Welt in die Corporate-Welt zu integrieren. Wir haben unsere Mitarbeiter, die jetzt schon im Inkubationsprogramm sind, aus der Firma rausgeholt und haben uns Coaches aus der Startup-Szene geholt, die mit dem Business Model Canvas arbeiten. Und der Kern des Business Model Canvas ist Get Out of the Building. Das heißt, unsere Mitarbeiter sollen das Gebäude verlassen und ihre Idee nehmen und im Markt schauen, ist die Idee cool, findet ihr jemand cool? Und wenn nicht, sozusagen an der Idee weiterarbeiten, so lange, bis da draußen Kunden sagen, wow, sowas wollte ich schon immer haben. Und das ist der Startpunkt, bevor ich überhaupt in eine Business Modellentwicklung, bis ich überhaupt in ein Business Case einsteigen kann. Wenn ich da draußen keine Kunden habe, die das geil finden, was ich ihnen anbieten will, dann brauche ich gar nicht anzufangen. Und die Startup-Welt hat da mittlerweile konkrete Methoden entwickelt. Aus Sicht der T-Venture halten wir Ucubate für einen sehr guten Ansatz. Die Mitarbeiter der Telekom zu motivieren, eigene Ideen zu entwickeln, auszuprobieren. Etwas außerhalb der Box denken und keine Angst vor Neuem zu haben. Ausprobieren ist immer das Wichtigste und die Erfahrung kommt später. Die Erwartungshaltung ist, dass sie im positiven Sinne irritiert sind und das Gebäude verlassen und im Markt unterwegs sind, statt im internen Grabenkampf rauskriegen, ob ihre Idee Sinn macht oder nicht. Verlass das Gebäude, sprich mit echten Kunden und dann hast du einen Startpunkt, mit dem du weitermachen kannst.